Musik Wer in der Öffentlichkeit steht und ein hohes Amt bekleidet, wird beschützt. Bei Politikern übernimmt die Polizei in der Regel diese Aufgabe. In Deutschland ist es das Bundeskriminalamt. Diese staatlichen Sicherheitsdienste decken rund 80 Prozent aller Personenschutzaufgaben in Europa ab. Sie lassen sich nicht in die Karten schauen. Auch Bodyguards selber wollen nicht gefilmt werden. Unbekannt zu sein, ist ihr Kapital. In einem ehemaligen Militärcamp in Nordwales. Hier bildet Katana Security Bodyguards für den privaten Bereich aus oder Sicherheitsfachkräfte, wie der Beruf heute heisst. Während gut drei Wochen lernen zwölf Teilnehmer aus mehreren Ländern die Grundlagen des Berufs kennen. Ende der zweiten Kurswoche. Instruktor David Jones ist selber Bodyguard. Viele Schüler waren schon im Militär oder im Sicherheitsdienst tätig. Susan Tucker etwa arbeitete als Bodyguard bei der Königlichen Hoheit. Andere sind Grafiker, Buchhalter oder Feuerwehrmann. Alle sind sie gewohnt zu analysieren, Kritik einzustecken und zu lernen. Für sie ist Bodyguard ein Traumberuf. Man verdient gut. Es ist aufregend. Man weiss nie, was passiert. Muss immer wachsam sein. Trifft viele Menschen. Es macht Spass. Man sieht viele Leute in verschiedenen Situationen. Es ist spannend. Und ich geniesse dieses Training. Gute Kommunikation sei wichtig, instruiert David Jones unschnelle Reaktion. Bei der Begleitung zu dritt überwacht die sogenannte Nummer zwei den hinteren Teil. Der eigentliche Bodyguard die Seite und die Schutzperson selbst und die Nummer eins den vorderen Teil. Alle fünf Sekunden sollte man sich umschauen. Abwechselnd. Je nach Angriff wird unterschiedlich reagiert. Kommt der Schuss von hinten, muss die zwei den Angreifer in Schach halten, die anderen bringen die Schutzperson in Deckung. Wir können ihnen einiges beibringen, wie Fahren, Schiessen, Erste Hilfe. Aber den Charakter müssen sie mitbringen. Loyalität, Intelligenz und vor allem geistige Beweglichkeit. Sie müssen wie ein Chamäleon sein, in jeder Umgebung arbeiten können, als Freund, Assistent, als Bodyguard oder Fahrer. Mindestens 300.000 Menschen arbeiten im britischen Sicherheitsgeschäft, viele ohne Ausbildung, einige mit zweifelhaftem Ruf. Die Regierung will nun Klarheit schaffen. Seit März 2006 braucht's eine Lizenz. Eine Organisation legt die Examensanforderungen fest und überprüft den Leumund. Im Interesse der Kunden. Sie können dann sicher sein, dass diejenigen, die sie beschützen, ob Bodyguard, Türsteher oder Sicherheitsleute, ausgebildet sind und einen gewissen Standard mitbringen. Kollegialität und gutes Einvernehmen untereinander sind unerlässlich. Selbstdarsteller haben in diesem Beruf nichts zu suchen. In den manchmal engen Verhältnissen nützen hingegen Humor und Selbstdisziplin. David Jones, der Bodyguard, ist Buddhist. Er gibt gerne auch autogenes Training. Er weiss, dass man manchmal lange arbeiten und sich in extremen Situationen konzentrieren muss. Dann hilft es, im Lot zu sein. Geistige Kraft ist für mich wichtiger als physische. Etwa zum Beobachten, Analysieren und Beurteilen. Zum Ausruhen und um negative Energien zu verarbeiten. Etwa wenn jemand stirbt oder bei einer Explosion oder bei Stress. Da braucht's den Geist. Er ist das wichtigste Werkzeug. Darum wird viel Wert darauf gelegt, etwa auch durch Meditation die innere Ruhe zu finden und sich in eine gute Tagesform zu bringen. Um im Team ein zuverlässiger Partner zu sein und jederzeit sprungbereit. Achtung Bombe! Wie reagieren die Bodyguards mit ihrer Schutzperson, wenn beim Verlassen des Fahrzeugs eine Bombe geworfen wird? Ken Monks, auch eher versierter Bodyguard und Direktor von Caterna, lässt die Situationen immer und immer wieder durchspielen und diskutieren. Automatisch soll die Reaktion sein und schnell. Die Türen sollen offen bleiben, damit die Schutzperson ins Auto flüchten kann. Ein erster Angriff ist wohl nie ganz zu verhindern. Aber ein zweiter darf die Schutzperson nicht verletzen. In der Schweiz bei Delta Security AG in Weinfelden. Ein Unternehmen, das 35 Bodyguards und 300 Männer und Frauen für Sicherheitsdienste abrufen kann. Der Weg zum Bodyguard führt bei uns über wirklich langjährige Erfahrungen im Bereich als normaler Security, was bedeutet, dass er in Sport, Gross- und Kleinveranstaltungen und anderen Events zuerst Einsatzerfahrung sammeln muss, bevor er dann im Bereich des Personenschutzes zum Einsatz kommen wird. Offizielle Prüfungen gibt es in der Schweiz nicht. Darum bildet Delta Interessierte nach internem Eignungstest selber aus. Es werden Strategien und Zusammenarbeit trainiert. Bei Konfrontationen mit gewaltbereiten Fans muss öfters mal ein Anführer oder Verletzter aus einer Gruppe isoliert werden. Die Theorie ist einfach. Den Rädelsführer einkreisen und sich gemeinsam mit ihm zurückziehen. In der Realität haben Randalierer oder Hooligans, die hier gemimt werden, ihre Taktiken. Die Security sollte darauf angemessen, aber entschlossen reagieren. Etwa bei einer Schlägerei einen Verprügelten retten. Da soll auch schon mal der Auftritt imponieren. Nicht immer gelingt es, den Abzuführenden schön einzukreisen und sich zurückzuziehen. Die Randalierer machen sich oft die Uniformierten zum Feind. Die Security-Leute von Delta sind in der Regel voll berufstätig und lassen sich an Abenden oder Wochenenden aufbieten. Um etwas dazu zu verdienen oder weil es Spass macht. Es sieht immer relativ aggressiv aus, aber ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Eine ruhige Person löst die Probleme besser, weil unser Ziel ist ja, keine Gewalt anzuwenden. Wir wenden sie nur an den Müssen und die meisten meiner Kollegen sind sehr, sehr friedliche Leute. Ich denke, man sollte im Grunde sich selber im Griff haben, also ein bisschen die Ruhe bewahren können, sich mental vorbereiten können. Also das heisst, man muss sich selber gut kennen. Zum Training gehört, sich nicht provozieren zu lassen. Zu begreifen, dass allfällige Beschimpfungen nicht ihnen als Individuen gelten, sondern ihnen als Vertreter der Ordnung. Der Grundauftrag ist meistens das Sicherstellen von Ruhe und Ordnung. Und da ist Deseskalation ein Teil. Die Intervention ist dann vielleicht ein Mittel, wenn die Deseskalation nicht funktioniert. Also wenn bestimmte Leute, bestimmte Menschenmassen von sich aus plötzlich unkontrolliert in einer aggressiven Art agieren, dann wird die Deseskalation nicht in jedem Fall funktionieren. Dann muss man anders reagieren. Bereit! Bereit! Schusswaffen tragen sie in der Regel nicht. Ein Mittel, das sie einsetzen dürfen, ist Reizstoff. Um zu wissen, wie er wirkt, wird er selbst ausprobiert. Sie lernen natürlich auch, wie man den Schmerz in den Augen lündert, und wann und wie man dieses Mittel anwendet. Gut verteilen, kommen. Los, 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 jetzt beissen. Es tut weh, beissen, kommen. Schön verteilen, jawohl. Zur Vorbereitung auf einen Sicherheitsauftrag bei einem Fussballspiel gehört die Analyse vorheriger Spiele. Sorgen machen nicht die 95% begeisterter Zuschauer, sondern einerseits die bekannten Hooligans, andererseits eine viel grössere Gruppe unbekannter Erlebnisfans, die wegen gewalttätiger Ausschreitungen zum Spiel kommen. Rauchbetarden, Leuchtraketen und Schneiderwerkzeuge können Zuschauer und Spieler gefährden. Darum sollten sie gar nicht erst ins Stadion gelangen. Es gibt verschiedene verbotene Gegenstände. Zum einen solche pyrotechnischen Mittel, wie zum Beispiel diese Handfackel, die bekannt ist als Notsignal aus der Schifffahrt, die entwickelt bis zu 1200 Grad und untersteht dem Sprengstoffgesetz. Also jemand, der so eine Fackel zündet an einem Fussballspiel, der macht sich auch strafbar wegen Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz. Sonntagnachmittag. Einsatz im Zürcher Fussballstadion Letzigrund. Drei Stunden vor Spielbeginn. In der Schweiz muss der private Eigentümer eines Stadions oder der Spielveranstalter für die Sicherheit sorgen. Der FC Zürich engagiert dazu regelmässig die Delta Security. Die Polizei bleibt ausserhalb des Stadions und garantiert die Sicherheit auf öffentlichem Grund. Der Auftrag ist es, Publikum, Spieler und Schiedsrichter zu schützen und einen reibungslosen Spielablauf zu ermöglichen. Saubere Eingangskontrolle und Freundlichkeit wird den 80 Securities ans Herz gelegt, denn primär sind alle Besucher zahlende Gäste. Türöffnung. Eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Die Kontrolle auf der Suche nach Feuerwerk bei den Eingängen der Fans ist gründlich. Der FC Basel spielt gegen den FC Zürich. Zwei Klubs mit großer Fangemeinde. Das Stadion wurde so gut als möglich nach fremden Gegenständen abgesucht. Und auf den Tribünen sind die gegnerischen Fans voneinander getrennt. Draussen auf der Strasse prallen Zürcher und Basler aufeinander. Die Polizei greift ein. Auch hinter der Tribüne ist etwas los. Ablenkung? Um einen Rucksack mit Feuerwerk übers Gitter zu werfen? Derweil stürmen Fans zum Gitter, wollen hinausschauen. Draussen drängen die Wartenden rein. Noch 15 Minuten bis Spielbeginn. Zurücktreten vom Gitter, heisst es jetzt. Es wird diskutiert und weiter möglichst sorgfältig kontrolliert. Die Situation beruhigt sich. Erscheinungsbild und Taktik sehen denen der Polizei ähnlich. Wir sind ja mit der Situation konfrontiert, dass wir meistens präventive Massnahmen ergreifen können, im Ereignisfall dann aber zur Reaktion gezwungen sind und dann immer auch noch in der Minderheit sind. Und damit das dann funktioniert, braucht es einfach klare Prozesse und Abläufe und Befehlsstrukturen. Sonst wird es zum Shishivasi und dann sind Erfolge einfach nicht möglich. Während des Spiels gibt es für die Security nicht viel zu tun. Ausser aufpassen auf Handfackeln. Sie brennen ein Loch in die Tartanbahn. Wie diese hier. Sie werden oft nicht am Spieltag mitgebracht, sondern Tage vorher im Stadion gebunkert. Es ist während der Woche frei zugänglich. Das Spiel ist zu Ende. Unentschieden. Die Besucher werden zeitlich versetzt und separat aus dem Stadion geleitet. Ein Einsatztrupp steht fast unsichtbar abrufbereit, falls sich die Fans doch noch verprügeln sollten. Auch die Spieler kommen unbehelligt zu ihrem Bus und geben noch Autogramme. Wer einige Jahre Sicherheitseinsatz geleistet hat, kann bei Delta zum Bodyguard weitergebildet werden. Dazu gehören eine Schiessausbildung und viele weitere personenschutzspezifische Trainings. Moskau. Die Stadt mit den zweitmeisten Milliardären weltweit. Nur New York hat mehr. Und auch der Mittelstand nimmt rasant zu. Die jungen Menschen sind versessen auf den nächtlichen Ausgang. Sie besuchen Diskos und Bars. Vor allem junge Frauen. Sie wollen sich wohlfühlen, nicht belästigt werden. Im Club Leningrad gibt es darum ganz spezielle Sicherheiten. Sie heissen Svetlana Scherbakova und Alexandra Salnikova. Die beiden sorgen diskret für gute Stimmung. Beobachten die Szene. Sie dulden niemanden mit negativer Ausstrahlung. Das schadet dem Geschäft. Werden sie Störenfriede rausschmeissen? Nein, keine Gewalt. Das ist nicht interessant. Bei jedem Menschen sind die Augen der Spiegel der Seele. Man kann in den Augen den Menschen erkennen. Auch wenn er vielleicht konventionell angezogen ist oder uniform trägt, was manchmal einen negativen Beigeschmack hat. Also wenn der Blick gut ist, lassen wir die Leute eintreten. Vier Türsteher kontrollieren die Gesichter. Es kann aber vorkommen, dass jemand in der Disco selber wegen Alkohol, Drogen oder Eifersucht die Haltung verliert. Dann werden die Damen so aktiv, dass die rauskomplimentierten es ihnen danken, weil sie das Gesicht nicht verlieren. Wie sowas geht, erklärt Alexandra, die Psychologie und Englisch studiert hat. Psychologie und Intuition sind wichtig. Wir lösen alles durch das Gespräch, durch eine Art psychologisches Gespräch. Wir erklären anständig und sanft, warum sie gehen sollten. Wenn die Leute es dann auf diese Art und Weise nicht verstehen, holen wir die Männer zu Hilfe. Aber heute braucht es keine psychologischen Gespräche, niemand ist aggressiv. Im Gegenteil, alle geniessen die Showeinlage. Moskaus neue Dynamik zeigt sich in renovierten historischen Schätzen, neuen Gebäuden und der Präsenz internationaler Marken. Die Idee der klassenlosen Gesellschaft hat ausgedient. Die Reichen zeigen ihren Erfolg. Das weckt Begehrlichkeiten bei den Armen. Russlands Sicherheitsbranche ist eine der stärksten weltweit. 17'000 Bodyguards setzen fast 3 Milliarden Euro um, die Zuwachsrate ist 40 Prozent. Im Trend sind weibliche Bodyguards, deren zwei beschützen hier eine Anwältin. In ihrer Aufmerksamkeit und Entschlossenheit stehen sie den Männern in keiner Weise nach. Eine kleine Demo für die Schweizer Kamera. Nadeshta Mikhailova ist 33 und professionelle Bodyguard. Nebenbei unterrichtet sie junge Moskauerinnen. Sie gibt gerne ihre Erfahrungen und dasselbe Gelernte weiter. Von Boxen über Selbstverteidigung zu Karate und Judo. Für ihre eigene Fitness trainiert sie zweimal pro Woche. Im Sommer joggt sie. Ihre Kundschaft besteht aus Frauen und Männern. Aus Geschäftsleuten vor allem. Ihnen passt sie sich in Kleidung und Erscheinung an. Sie will nicht auffallen, eher aussehen wie eine Freundin oder eine Mitarbeiterin. Darum hat sie stets sowohl Abendkleid als auch Jeans im Auto griffbereit, um das Umfeld ihrer Schutzperson aus der Nähe beobachten zu können. Sie arbeitet allein. Auf eigene Rechnung. Oder wird von Agenturen für eine Teamarbeit aufgeboten. Gute Ausbildung und psychologische Kenntnisse, Intelligenz und Fitness sind für sie die Anforderungen des Berufs. Angst kennt sie nicht. Ausser der Angst, ihre Schutzperson nicht rechtzeitig vor einem Angriff bewahren zu können. Schon in der Schule wollte ich immer andere vor Gefahren bewahren und setzte mich für die Schwachen oder die Dicken ein. Es gibt Leute, die wollen andere heilen oder unterrichten. Aber ich wollte schon immer andere schützen. Das war für mich ein Kindheitstraum. Wachsamkeit und gute Beobachtung bringen Erfolg. Mit den Augen kann man Absichten sehen und Gefahren bannen, findet sie. Und es braucht Geduld, weil man viel warten muss, aber nicht ruhen darf. Es ist vielleicht wie beim Schachspiel. Man muss immer ein paar Züge vorausschauen. Es kommt natürlich darauf an, wie der Gegner spielt, wie man ihn einschätzt. Man muss die Situation spüren und sich den möglichen Verlauf vorstellen. Die Reaktionen laufen dann automatisch ab. Sie sind eingeübt. Schiesstraining im hessischen Frankenberg mit Hellwig Finger. Kameraschneider nachhalten. Er ist einer der deutschen Experten. Er macht Ausbildung im Personenschutz und in Schiessen und nimmt Prüfungen ab. Zudem bietet er Weiterbildung und Trainings mit verschiedenen Waffen an. So, fertig laden. Achtung! Feuer! Rechts- und linkshändig muss geschossen werden. Nach innen kippen, jawoll. Jeder lizenzierte Personenschützer muss jährlich 2.000 bis 4.000 Schutz verschiessen, um der Aufgabe gerecht zu werden. Zudem sind in Deutschland Pistolen zugelassen, in Italien und Frankreich nur Revolver. Das will geübt sein. Hellwig Finger ist seit 30 Jahren Personenschützer. Hat Adelige und Führungskräfte und ihren Familienmitglieder geschützt. Wozu dienen die Schiesskenntnisse? Das brauchen die für Selbstvertrauen. Die kommen wahrscheinlich nie in die Gelegenheit zu schiessen. Aber das Bewusstsein, dass sie wissen, ich kann das, macht ihnen später den Kopf frei. Denn wenn eine Situation eintreten sollte, dann müssen sie nicht überlegen, Mensch, kann ich das überhaupt? Kann ich gut schießen? Wie bin ich heute gut drauf? Sondern da müssen sie die rechtlichen Grundsätze beachten, sie müssen die taktischen Grundsätze beachten. Das heißt, der Kopf muss für ganz andere Sachen frei sein und darf das Schießen, das darf nur eine Begleiterscheinung sein. Personenschützer kennen die Grundsätze der Ernährung. Sie wissen, wann der Blutzuckerspiegel sinkt und wie man vorsorgt. Herr Doktor, hallo, Herr Doktor, hier, Herr Doktor, Rettungsdecke auf. Und sie lernen die Grundsätze der Medizin kennen. Jeder Personenschützer hat sein Erste-Hilfe-Set dabei, kennt sich aus in Notfällen und hat die Notrufnummern präsent. Pass auf. Ich muss die Jacke ausziehen, damit ich seinen Kopf unterstützen kann. Er hat von Gesetzes wegen die Auflage Erste-Hilfe zu leisten. Sogar bei Schussverletzungen, die er selber verursacht hat. Aber in der Regel werden die medizinischen Kenntnisse für Zivilfälle gebraucht. Herr Doktor? Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die sehr alt sind. Das heißt, hier kommt also Herzanfälle, Schlaganfälle, Kreislaufschwierigkeiten. Hier habe ich also schon sechs-, siebenmal helfen müssen. Im Bereich Schutzverletzungen noch nie. Erste Messerverletzungen habe ich noch nie helfen müssen. Aber Mädchen, Kinder, kleine Jungs, die wir bewacht haben, also das geht schon weit über die 20, wo wir Erste-Hilfe haben leisten müssen. Und das gehört ja zu Personenschutz auch dazu. Personenschutz heißt nicht nur mit der Waffe verteidigen, Personenschutz heißt natürlich auch seine Gesundheit irgendwo stabil halten. Helwig Finger hat in seinem Detektiv- und Sicherheitsunternehmen keine festen Mitarbeiter. Er engagiert sie gemäss den Aufträgen. Eine Anfrage von einem nahen Konzern. Ein südamerikanischer Geschäftspartner möchte einige Orte besuchen. Mit Personenschutz. Die Vorbereitung besteht zuerst aus einer Gefahrenanalyse. Dann wird die Fahrroute festgelegt. Unter Umständen wird sie mit verdeckten Leuten beobachtet. Und man überlegt mögliche Störungen oder Schwierigkeiten. Dann können Sie loslegen mit der Vorbereitung, die Autos in Position fahren. Wurenvergleich, wir haben zwei Minuten nach zehn, ist das richtig? Das Auto für die Schutzperson wird gründlich kontrolliert. Ein unauffälliger, aber kugelsicherer BMW mit Sicherheitsverglasung. Mit dem Kunden wird ein Evakuierungscodewort vereinbart. Ein Wort, bei dem er weiss, dass es ernst gilt. Jeder Personenschützer hat Schleuderkurse besucht und fährt zügig. Aber er hat strikt die Verkehrsregeln zu beachten. Und die Polizei wird über den Einsatz informiert. Das Bild des Personenschützers hat sich gewandelt. Früher war das die reine Manpower, die reine Abschreckung. Wir haben dort den großen, muskelgepackten Personenschützer gehabt. Und heute haben wir den Filigranen, den Fachmann, den Sicherheitsberater, der ins Bild reinpasst in jeder Beziehung. Also rein vom Äußeren, rein vom Auftreten und rein vom Fachmännischen her, hat sich das in den letzten Jahren wahnsinnig geändert. Der Personenschützer muss pünktlich und verschwiegen sein. Auch mal den Touristenführer abgeben, sich in Kultur und aktuellem auskennen. Er sollte Englisch sprechen, diplomatisch sein, seine private Meinung zurückhalten und Manieren haben. Nicht zuletzt muss sich sein Privatleben nach der Arbeit richten. Die Familie ist darauf eingestimmt, wir sprechen miteinander ab. Und ich habe das Glück, dass ich jemanden habe, der auch damit umgehen kann, der mich da auch unterstützt, mir auch dementsprechend den Rücken frei hält, dass ich mich rein auf meine Aufgabe konzentrieren kann. Selbstverteidigung. Oder wie bringt man einen aufsässigen Fan oder Journalisten von der Schutzperson weg? Das beginnt zunächst mal mit Reden. Halt, dass er erstmal kurz innehält. Und jetzt habe ich gleichzeitig hier auch die Möglichkeit zu signalisieren, ich mag das nicht. Und mit diesem Widerlager kann ich jetzt auch ab vorne problemlos anfangen, hier den Nasendruck aufzubauen. Man soll durchaus beim Zugreifen mitteilen, worum es geht. Aber sich nicht in Schlägereien verwickeln lassen, auch wenn der Angreifer mit einem Stock bewaffnet ist. Der Personenschützer muss verhältnismässig reagieren, deshalb sollte er dieses Handwerk beherrschen. Eine Aktion, hier kann ich ihn wegdrehen. Jetzt könnten wir die Waffe sicherstellen und mich nicht unbedingt um ihn kümmern, weil ich werde ja nicht hauptsächlich dafür bezahlt, dass ich ihn verhaue, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich ihn beschütze. Dann nehmen wir uns mal pro Dreier-Trupp... Handgreiflich zu werden empfiehlt der Instruktor als zweite Lösung. Deeskalation hat Priorität. Gutmütigkeit ist für einen Bodyguard ein besserer Charakterzug als Angriffslust. Aber wie kann die notwendige schnelle Reaktion und Entschlossenheit trainiert werden? Man kann im Bereich der Selbstverteidigung Reaktionsschuldung machen, das wir heute auch gesehen haben. Man kann Entscheidungstraining immer wieder trainieren, immer wieder trainieren. Und kann dadurch hoffen, im Ernstfall möglichst schnell das Richtige zu tun. Aber es gibt keine Massnahmen, die mir das 100% sagt, so, wenn du das machst, das ist es richtig, um eine noch schnellere Reaktion zu bekommen. Zwischenprüfung im englischen Ausbildungscamp. Jeden Tag können Leute nach Hause geschickt werden, wenn sie nicht geeignet sind. Gut 4000 Pfund kostet die 24-tägige Ausbildung. Katanas Security ist eine der wenigen britischen Firmen, die im Namen der Lizenzgeber ausbilden und Prüfungen durchführen dürfen. In England sind bis heute rund 1000 Bodyguards lizenziert. Würde Susan es schätzen, wenn es mehr Frauen gäbe? Es gibt Platz für mehr Frauen. Aber das bringt mehr Konkurrenz. Ich brauche das nicht. Eine wichtige Person, die zu beschützen ist, wird ins Hotel kommen. Der Einsatzleiter, ein Kursteilnehmer, nimmt die Meldungen der durchgeführten Checks entgegen. Das ganze Hotel wird kontrolliert, abgesucht auf versteckte Kameras, Bomben, Mikrofone. Eine Prüfungssituation. Die Massnahmen rund um die Schauplätze beanspruchen heute allgemein erheblich grösseren Aufwand als der Begleitschutz zu Fuss. Schauspieler etwa fürchten versteckte Kameras, prominente Mikrofone, Politiker Sprengsätze. Dankt jemand diese Arbeit hinter den Kulissen? Es ist der beste Job der Welt. Wenn Menschen einem ihr Leben anvertrauen, das Leben des Ehemanns, der Frau oder der Kinder, ist dies ein riesiges Kompliment. Auch wenn wir nicht immer den Dank ernten, wie der steuernsparende Buchhalter, der erfolgreiche Anwalt oder der heilende Arzt. Wir sind erfolgreich, wenn nichts passiert. Eine positive Einstellung zum Warten braucht's in diesem Beruf. Die Schutzperson ist angekommen. In der Obhut ihres Bodyguards geniesst sie einen Drink. Derweil überwachen die Eins und die Zwei die Lobby. Der Instruktor beobachtet. Stimmt die Haltung? Die Wachsamkeit? Der Fahrer geht nochmals die Route durch und beobachtet den Parkplatz. Aber dann kommt sie durch den Hinterausgang. Allein. Hinter ihr die Experten und der hauseigene Filmer. Wo sind sie geblieben? Der Bodyguard. Und Nummer eins und zwei. Da ist wohl etwas schief gelaufen. Richtig hingegen ist das Fahren. Beim Überholen wechselt zuerst das hintere Auto die Spur, hält dem vorderen mit der Schutzperson drin den Weg frei. Das war korrekt für den beobachtenden Experten. Dann geht's gemeinsam auf die Normalspur. Bewachen im Einkaufszentrum braucht Fingerspitzengefühl. Wo soll es lang gehen? Jeder Richtungswechsel wird mitgeteilt. Alle müssen informiert sein. Die Prüfungen sind streng. Und wenn man sie bestanden hat, muss man sich in der Realität bewähren. Man hat nie ausgelernt. Eine Dreierbegleitung in Schwarz an einem gewöhnlichen Samstag. Das muss ein Star sein. Ob Autogramme gegeben werden, wird vorher abgesprochen. Ziel für jeden Bodyguard ist es, die Schutzperson diskret zu begleiten, ihr Sicherheit zu vermitteln und auf dem Sprung zu sein, falls etwas passiert. Zu 99 Prozent kann er aber gar nie zeigen, was er gelernt hat. Wenn nichts passiert, hat er seinen Job gut gemacht.